jo meine freunde hier bin ich jetzt wieder bei diesen komischen köder da drüben wo mich gerne vernaschen will wo ist das denn genau was haben wir denn hier das gefällt mir nicht da vorne sehe ich gerade die käfig ich renne mal lieber kriegst du das auf? mach mal auf josef oh scheiße ah fuck da bin ich scheiß gelaufen verpisse ich mich hier wo ist der 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 ach komm schon lass mich doch mal in Ruhe äh sagt mir doch gerade jemand das ist ach man wow der war ja gerade vor mir wo ist jetzt dieser josef ey der war doch weg von denen das scheiß Vieh da ey der war doch weg von denen das scheiß Vieh da ey es gibt's doch nicht ich hasse runter ja komm friss mich doch auf wo ist jetzt der josef hingeflogen es geht mal gar nicht bin ich schon wieder hier oder was ah ich lauf wieder rein es gibt's doch nicht wo bist du du scheiß Köder ja 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 Ich mag diesen Hund jetzt nicht Ich verstehe nicht, was ich jetzt da machen muss Der Josef ist gerade vor mir Ich kann nicht abhauen Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren Wo steckst du, du scheiß Köder Jäge das Ich bin der Mann. Ich habe einen Perfummen. Ich habe einen Perfummen. Ich habe einen Perfummen. Du bist nicht auf die Erde aus wie Sch s�. Oh Mann. Ist das zieht der Sing erfahren? Eigentlich der Frankesteuerer nicht im permiten. Sounds good. Oh Mann. Scheiß 4 ey Ich weiß nicht wie ich den Fucken von 4 umbringen kann Ja der machte wieder so Scheiß Kurve ey Wo bist du du Scheiß Vieh Komm hier Ich krieg da was an mich ey Ich hab keine Ahnung was ich da machen muss Oh der kriegt mich trotzdem wieder ey Ja komm ey Ist doch klar Das Vieh regt mich ja total auf ey Und der mit Detective mit seinem Ausdauer auch Der kannst du abwehren ey Ich hab grad meinen Tod vor Augen gesehen Ich hab die Das war's. Geht doch! Mach Platz! Josef! Was ist? Ich hab meine Brille fallen lassen. Fuck. Ernsthaft? Muss das jetzt... Ich muss ich jetzt zeigen, die scheißbehinderte Brille jetzt holen, oder was? Oh, meine Fresse, ey. Zuerst geb ich mir eine kleine Trönung, ey. Jetzt ab in die Fiktier, ey. Hey, hierher! Hierher! Schnell zurück, bevor das Ding dich findet. Komm und hol mich! So ist gut. Ah, geil. Oh, ich muss da reinklettern. Oh, scheiße, ey. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. Mieser Drecksau hier, ja. Ja, du! Scheiß Köder, ey. Endlich bin ich da weg. Endlich bin ich da weg. Was werde ich belohnen? Tausend Gehirnmesser, oder was? Nein, ich muss deine Brille abholen. Das werde ich belohnen. Da mal rein, da. Ja, Kappel 6 überlebt. Wir sehen uns bei dem nächsten Kappetl. Und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ich habe bestimmt einen Fehler, was ich da gemacht habe. Na, musst du doch nachladen, ey. Haha. 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 Hahaha. Allein!